Pokémon Go ist das Lass uns draußen was spielen des Jahres 2016. Auf den Straßen sieht das momentan so aus. Was aber, wenn andere Spielebetreiber mitziehen würden? Ich stelle mir das ungefähr so vor. Doom Go! Mario Kart Go! Boah, ich geb doch für dieses Kackspiel kein Geld aus. Wofür gibt's denn Cheats? Professor Layton Go! Ich hab die Lösung schon! Ich hab's auch schon, hallo! Hallo, geh doch mal weiter! Ich komm nicht, was kannst du eigentlich? Mann ey! Scheiß Team Rot wieder ey! Check das nicht! Boah, schon wieder alle Blöcke aufgebraucht ey! Wir haben jetzt ein Münzmodul. Tetris Go! Oh, ein HB-Stop! Und wenn ihr jetzt sagt, sieht doch cool aus, denkt bitte daran, wie es von außen betrachtet aussieht. HW möchte übrigens auch mitspielen, aber seine Arme sind zu kurz. So ihr Lieben, vielen Dank für Klein-Tanne und Master-Jam, dass ihr mir bei diesem Video geholfen habt, abonniert sie doch, klickt auf diese Dame und diesen Herrn und dann kommt ihr auf deren Kanäle. Ich hab die Scheiß-Effekte gemacht, aber die brechen Scheiß-Kanal. Ich hab HW mitgemacht. Ja, und ich hab irgendwie auch mitgemacht. Macht's gut Leute, bis dann! Rock'n'Roll! Tschau! Rock'n'Roll! Eine Rede, eine Rede! Oh, ich kann's nicht. Er mich halt rum. Hört, hört! Das war's für heute.